Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects.de. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft, den verloren geglaubten Trigger zu finden, der ja gar nicht so versteckt war. Aber naja. Äh, und jetzt haben wir den König hier gesagt, hier hast du deinen komischen Pfeffer, jetzt geben wir uns endlich dein Schiff und jetzt gehen wir in das Schiff. Juhu, wir sind im Schiff. Ich hab jetzt eigentlich irgendwas erwartet von einem coolen... Spruch oder so. Oh. Was geht denn hier? Oh, ich wollte mir das angucken. Mhm. Mhm. Was hat man hier cooles? Huh, so viel zu entdecken? Verschlossen, du besitzt den passenden Schlüssel nicht. Na dann holen wir ihn uns. Geben wir erstmal den Turm hoch und wir gehen weiter in den Turm hoch. Und dann sprechen wir mit diesen komischen Typen. Guten Tag. You're correct in coming to this Lighthouse. I'll teach you all about the world. Rowing south along the coast from here will bring you to the cab of... Uh, Te-dunk-ty. Uh, Te-dunk-y. 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 From the point you reach the island of Zipangu. Und, ähm, supposedly, if one could gather all six of the Orbs, then they could travel anywhere in this world without needing a ship. So head south and don't forget about everything that I'll just say. Das hab ich direkt vergessen, außer sechs Orbs. Geh nach Süden. Da gibt es noch eine Menge zu übersetzen, Leute. Wollte ich nun mal so angemerkt haben. Die sechs Orbs. Oh, 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 oh. So, was gibt's hier noch Schönes? Kommt das Schiff dann eigentlich mit, wenn ich jetzt hier irgendwo... Oder muss ich dann wieder zu... Nö, ich nehm das Schiff mit. Angriff, 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 Angriff. Oh mein Gott. Der Rabe ist zu stark. So, ich nehm das Schiff mit, mir doch egal. Oh, oh. Blöd. So. Haben wir jetzt noch Musik? Tatsache. Hihi. Die ist ja toll. Oh, und Bunster. Oh ja, da. Ein Drachan. Kalabar. Kalabar. Kalabautermann. Der Kalabar, Kalabar, Kalabautermann. Hehehe. Ui. So. Jedes Mitglied erhält auch Verangspunkte. Juhu. Oh. Es liked mal wieder. Juhu. So, und jetzt bin ich wieder total planlos. Treffen wir erstmal die Gegner. Ist erstmal vollkommen egal. Wir rennen jetzt hier irgendwo rum und machen erstmal der Gegnerplan. Ah, okay. Ich hab hier ne Karte. Afrika. Das ist also Afrika. Hier bauen wir doch schon. Da gehen wir nach Südafrika. Mir doch egal. Oh. Sterbt ihr Biest da. Sterbt endlich. Ja. Noch mehr Gegner. Mein Gott. Immer diese Wampatsen. Immer der Küste nach, sagt er. Oh. Siebel. Siebel. Sieblase. Ah, okay. Das sind die Sieblasen. Kommt noch hin. Das dauert schon mal noch viel zu lange. Wir wollen den Leuten noch ein bisschen von dem Spiel zeigen und nicht nur noch die Kämpfer. Oh, da ist eine Brücke. Oh, da ist ein Shrine. Den gucken wir uns mal an. Oh, cool. Nice. Können wir hier speichern? Viele verwirrte Seeleute halten an dieser kleinen Kirche. Die Menschen aus T-Dunkey kamen für gewöhnlich auch hierher. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Zuverlässiger Dieter Gottes. Was kann ich für dich tun, Mann? Friede sei mit dir. Aber Cäsar. Hm. Nö. Dann geht's jetzt weiter mit dem Schiff. Mit dem Schiff. Immer weiter. Gucken wir mal, wo wir sind. Hm. Hab keinen blassen Dunst, wo ich hin soll. Hm. Weiter nach Süden. Er sagt, wir sind nach Süden. Also machen wir das. Nö. Mal gucken. Oh, vollstar. Toll. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hm. Oh, bin ich glücklich, dass mein Edeka um die Ecke meine Lieblingsgetränke inzwischen verkauft. Und dann bin ich heute da hingegangen, wollte mir ein Club-Mate kaufen und hab mir den Sätzen festgestellt, hey, haben die gar nicht mehr. Oder vielleicht was ausverkauft. Aber die hatten immer mindestens drei Kästen da. Und ich glaube kaum, dass da jemand hingeht und direkt drei Kästen holt. Nicht wie in dem Oma-Dorf, wo ich wohne. Ich kann mir nicht so recht vorstellen. Oh, was geht denn hier ab? Hier kann man nirgends wo anlegen. Voll blöd. Hm. Hm. Oh. Ich lege. Oh, mein Gott. Ein Schiel. Äh, Drachen. Drei Schaden. Oh, mein Gott. Die kann sterben. Ja, werden sterben. Tschüss. Macht's gut, Leute. Das war schön mit euch. Na los jetzt. Macht ihn schon tot, man. Das ist immer ein blöder Schlittdrache. Kann man doch wohl mal besiegen, ja. Oh, Pickereichstufe 18. Coolio. Aber dann müssen wir uns erst mal ein bisschen am Beutel Heilkraut bedienen. Okay. noch mehr. So. Oh, ein Vulkan. Ist es etwa dieser epische Vulkan? Pick sucht den Boden ab, aber da ist nichts. Verdammt. Hallo? Oh Mann, ey. Wie blödsinnig. Oh, Hadis. Hadis Kondor. Oh, der Hadis Kondor. Er wird uns besiegen. Hadis Kondor besiegt. Yo. Sehr nice. So, dann legen wir halt hier an. Mir doch egal. Eine lange Wüste und ein Schrein. Sehr gut. Oh, Motten. Oh, die kriegen wir. Was ist denn das hier mit Motten? Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier los ist. Oh, hallo, Opie. Oh, ich bin so schnell. Du suchst den Magieschlüssel, Friede sei mit dir? Hä? Ja. Ach, das ist wieder so ein blöder Fehler. Ich habe gehört, der Schlüssel sei in einer Pyramide, Wüste, Burgier. Ja, waren wir doch schon. Bäh. Oh, jetzt nur vergiftet. Huch. Hm. Das ist jetzt doof, ne? Okay, äh, Items, Beutel, Gegengift. Wer von uns ist jetzt hier bitte vergiftet? Oh, Mann, ey. Hä? Info? Ist doch gar keiner vergiftet. Was denn hier? Komisch. Na gut. Oh, Mann. Oh, war am platzen mal wieder. Ah, Mann. Das war wieder voll der sinnlos Part hier, weil ich das so nicht gepeilt habe. Nein, landen wir zum Schiff. Ja. Sehr gut. Hm. Und schon dürfen wir uns mal wieder an den Bottle bedienen. Juhu. Heilkrautzen. Nein. Ach, verdammt. Hm. 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 So. Wir müssen jetzt lang. Ist das für lang? Ja. Genau. Was ist hier neben uns eigentlich? Oh. Indien. Toll. Oh. See. Eine Seeschleim. Ah. So, sind wir hier ungefähr auf dem richtigen Kurs. Wir gehen noch ein Stückchen weiter nach. Links. Ja, jetzt sind wir ungefähr richtig. Oh. Das ist hier. Oh, mein Gott. Tenta. Tentakel. So, was ist das heißen? Bestimmt. Tentakel. 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 So. Der war ein billig. So. Cool. Das ist die Arktis oder die Antarktis. Ich kenne den Unterschied nicht so richtig so. Eins ist im Norden, eins im Süden. Aber mehr weiß ich auch nicht. Cool. Aha. Ist das für unsere Main-Quest? Oh, ist das der Orb? Pig berührt sachte das Ei. Ein wohlige Wärme breitet sich auf Pigs Handflächen aus. Hm. Oh mein Gott. Hm. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind dann die Ops, die dann platziert werden müssen, anscheinend. Okay. Schicke da, Leik. Und du? Hm. Hm. Tschau. Tschau, nu. Dann müssen wir die Dinger ja kaputt haben, ne? Ist ja klar. Komm, mach die weg hier. So. Karte. Mal ein bisschen nach rechts. Ja. Gucken wir uns mal Australia an. Australien, Austral... Oh, nicht, dass wir schon dran vorbei sind. Da ist Australien. Hallo Australien. Grüß dich. Grüß dich Gott. Aha, das ist also Australien. Oh, oh Gott. Die Schattentypist hatten wir doch auch schon mal. Gibt es hier nur so wenig Gegner? Kein, nichts Neues mehr weiter? Äffchen. Okay, wir sind fast down. Und anschauen. Natürlich werden wir uns das mal anschauen. Och, Mann. Bei manchen Sachen, da bleibt der Cursor drauf. Bei manchen Sachen nicht. Das ist ein bisschen verwirrend. So. Ah, da ist ein Dorf. Ein einsamer Ritter. Der Arme. So, ein Dörfchen. Das da heißt. Haben wir gleich erfahren. Willkommen in der Stadt Lanzel. Lanzel. Oh, Lanzelot. Lanzel ist nur eine kleine Stadt. Aber der Schrein dort hinten ist gigantisch. Es ist unsere Stadtattraktion. Oh, ja. Cool. Bist du für einer? Guten Tag. Angeblich braucht man einen speziellen Krug, um den Universalschlüssel zu erhalten. Aber was könnte ein Krug mit dem Finden eines Schlüssels zu tun haben? Das ist der heilige Krug einfach. Du verstehst das nicht, Junge. Das ist ein Waffen- und Rüstungsladen. Was möchtest du kaufen? Oh. 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 Hm. Hm. Down, down, down. Kann nicht. Cool. Okay. Das könnte eine Menge Geld kosten. Aber egal. Stachelpeitsche für Pick. Oh, 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 oh. Ich wollte schon immer eine Stachelpeitsche. Pick. Yep. Ausrüsten. Super. Und einen riesen Hammer für Red. Nice. Hm. Ja, er möchte ihn gleich ausrüsten. Meine Güte. Powerknöchel. Für Kill Bill. Nicht genügend Geld. Oh. Hohoho. Ups. Das ist jetzt blöd, ne? Wir sind in den Geschäft, Mann. Was möchtest du verkaufen? Riesenschere. Ah, nein, nein. Los, weg damit. Das bringt alles keine Kohle, ja, Leute. Ne, wir starten weg damit, ja. Verkaufen. Ähm, Powerknöchel, genau. Für Kill Bill, bitte. Dankeschön. Was hätten wir denn noch, wo wir kein Geld mehr für haben. Hm. Zauberrüstung. Brauchen wir noch locker, 12. Brauchen wir noch locker. Naja, schätzen wir auch so ein Koppel 20.000, um uns wieder auszurüsten weiter. Ist blöd. Viel zu viel. Na gut, Eisenklauer. Ja, das war ja schon längst überfällig, mal frische Waffen für Kill Bill zu kaufen. Ja. Gut, okay, also, ähm, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, äh, Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects.de. Ich freue mich drauf, macht's gut, bis dahin und tschau'sen.